Herzlich Willkommen! Ja, hier ist euer GTA WP. Ja, hallolöchön! Ja, es geht natürlich, ja, wie schon lange erwartet, dann mit GTA Vice City endlich mit der Neuauflage weiter. Wie da los? Ja, wir befinden uns in Vice Point und, ähm, ja, mit dabei ist der Luke, Wir interrumpen Ihre Programming mit einem Message von der State Department. All bridges and some roads in the Vice City metropolitan area have been closed because of a severe weather warning. Meteorologists are tracking... So, bevor wir zur Ocean View Hotel fahren, würde ich mal sagen, wir schnappen uns erstmal eine Knarri, äh. Und hier ist doch ein Versteckspäckchen. Das ist mega geil, mega geil. So, Luke 100 LP. So, ich lasse das Radio erstmal aus. Wegen Burgerecht und Sona. So. Ja, ich bin der Beste Eigenparker. So. Jetzt. So. 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 verpeilt haben ja so ja was machen wir jetzt Wir können ein bisschen hier durch die Gegend erkunden Bei hier hinten befindet sich auch ein Schlagring, das ist nämlich ein Aber bei dir dauert es doch ein bisschen wie ein 5M-Server Nicht nur die Baseballschläger So Dann spare ich mich nochmal ab und dann beende ich auch mal die Aufnahme So, ich sage mal, ich bin nochmal die Aufnahme Falls es euch die Aufnahme gefallen hat, könnt ihr den Daumen nach oben grad packen Ich bin nicht gerne über den Tag abonnieren, fassen wir mal weiter, damit ihr es auf Kamera verpassen wollt Schauen wir mal bei Ivan da, Frau Bahn, bei Luca und der Bär, wir freuen sich Und dann sage ich mal, vielen Dank zu sehen und schaut rein Und wir sehen uns ja in die nächsten Aufnahme Und rein und schön mit Öl Oh mein Gott